Nach dem tragischen Tod seiner Mutter wurden die ungewöhnlichen Reaktionen von William von der königlichen Familie streng geheim gehalten, was es schwierig machte, Einzelheiten zu erfahren. Es gibt keine Interviews oder Fotos von William in Bezug auf Prinzessin Diana in dieser Zeit, abgesehen von den Bildern von ihrer Beerdigung. Das ist doch seltsam, oder? Lange Zeit schwieg William über seine Trauer und vermied jede öffentliche Äußerung. Doch jetzt hat er sein Schweigen gebrochen und offen über seine Gefühle in diesen dunklen Tagen gesprochen. Hören Sie sich Williams freimütige Enthüllungen über den Verlust seiner Mutter an. In einem seltenen Interview hat William kürzlich die Kluft zu seinen Fans verringert, indem er offen über seine Gefühle zum Tod von Prinzessin Diana vor fast 30 Jahren sprach. Mit ergreifender Ehrlichkeit reflektierte er über die tiefgreifenden Auswirkungen, die ihre Abwesenheit auf sein Leben hatte, und zeigte ein neu gefundenes Gefühl der Akzeptanz und Offenheit gegenüber seiner Trauer. »Mir geht es jetzt so gut wie schon lange nicht mehr«, sagte Prinz William, dessen Worte das Gewicht der Jahre, die er mit seinen Gefühlen zu kämpfen hatte, in sich trugen. Mit dieser Offenbarung gewährte er einen Einblick in die Entwicklung seiner Trauer und veranschaulichte den allmählichen Wandel von Schmerz und Trauer zu einem differenzierteren Verständnis des bleibenden Vermächtnisses seiner Mutter. Fast zwei Jahrzehnte lang bewegte sich Prinz William auf dem turbulenten Terrain der Trauer, wobei jeder Schritt nach vorn von den anhaltenden Schatten des Verlusts gekennzeichnet war. Doch mit der Zeit fand er Trost in der Fähigkeit, mit neuer Klarheit und Ehrlichkeit über Prinzessin Diana zu sprechen. »Ich kann jetzt offener und ehrlicher über sie sprechen, ich kann mich besser an sie erinnern und öffentlich besser über sie sprechen«, gestand er, und seine Worte spiegelten die kathartische Befreiung von unausgesprochenen Gefühlen wieder, die er lange in sich trug. Der Weg des Prinzen zur Heilung verlief alles andere als geradlinig und war von Momenten tiefgreifender Kämpfe und Selbstreflexion geprägt. »Es hat fast zwanzig Jahre gedauert, bis ich so weit war«, verriet er. »Ein Zeugnis für die Dauerhaftigkeit der Trauer und die Komplexität des Trauerns, eine Figur von globaler Bedeutung.« Indem er die einzigartigen Herausforderungen anerkannte, mit denen er bei der Bewältigung der öffentlichen Trauer konfrontiert war, verdeutlichte Prinz William das inhärente Paradoxon der Trauer in der Öffentlichkeit. »Es ist auch nicht wie die Trauer der meisten Menschen, denn jeder weiß davon, jeder kennt die Geschichte und jeder kennt sie«, beklagte er und unterstrich damit die Schwierigkeit, in einem Rampenlicht zu trauern, das sich nie abschwächt. Trotz des Gewichts der öffentlichen Erwartungen und des unerbittlichen Blicks auf seinen persönlichen Weg blieb Prinz William standhaft in seinem Bestreben, die Erinnerung an seine Mutter authentisch zu ehren. Die meisten Menschen, die einen geliebten Menschen verlieren, befinden sich in einer anderen Situation, bemerkte er, und seine Worte klangen voller Empathie für diejenigen, die sich abseits der Öffentlichkeit auf dem privaten Terrain der Trauer bewegen. Indem er die unterschiedlichen Verlusterfahrungen anerkannte, vermittelte er denjenigen, deren Geschichten nicht erzählt werden und deren Trauer in Schweigen gehüllt bleibt, ein tiefes Gefühl von Verständnis und Solidarität. In einer ergreifenden Reflexion über die anhaltenden Auswirkungen der Abwesenheit seiner Mutter teilte Prinz William, der heute 41 Jahre alt ist, seine tief empfundenen Gefühle, die von Sehnsucht und Wehmut geprägt sind. Obwohl er nach außen hin stark und unverwüstlich wirkt, gab er offen zu, dass die Abwesenheit von Prinzessin Diana eine tiefe Lücke hinterlassen hat, insbesondere in Momenten, in denen er wichtige Meilensteine und familiäre Freuden erlebte. Ich hätte gerne ihren Rat gehabt, gestand Prinz William, und in seiner Stimme schwang eine spürbare Sehnsucht nach der mütterlichen Führung mit, die ihm so lange vorenthalten worden war. Indem er die unersetzliche Rolle, die seine Mutter in seinem Leben hätte spielen können, anerkannte, beleuchtete er die bittersüße Realität der Sehnsucht nach einer Verbindung, die nie vollständig verwirklicht werden konnte. Die Gefühle des Prinzen bekamen eine sehr persönliche Resonanz, als er über die verpassten Gelegenheiten nachdachte, bei denen seine Mutter die Freuden seiner wachsenden Familie erleben konnte. Ich hätte mir gewünscht, dass sie Catherine kennenlernt und die Kinder aufwachsen sieht, sinnierte er, und in seinen Worten schwang ein Gefühl der Trauer über die für immer verlorenen Momente mit. Indem er seine Traurigkeit darüber zum Ausdruck brachte, dass seine Kinder niemals die Gelegenheit haben werden, ihre Großmutter kennenzulernen, erinnerte er auf ergreifende Weise an das bleibende Vermächtnis von Liebe und Verlust, das die Generationen überdauert. Obwohl die Zeit vergangen ist, wirft das Gespenst der Abwesenheit von Prinzessin Diana weiterhin einen langen Schatten auf das Leben von Prinz William und hinterlässt ein anhaltendes Gefühl von Schock und Unglauben. Ich stehe immer noch unter Schock, gab er zu, und in seinen Worten schwang die rohe Intensität der Trauer mit, die sich den üblichen Erwartungen widersetzte. Indem er sich mit der Dauerhaftigkeit seines Schmerzes auseinandersetzte, legte er ein ergreifendes Zeugnis für die tiefgreifenden Auswirkungen von Verlusten auf den menschlichen Geist ab und stellte die Vorstellung in Frage, dass die Zeit allein alle Wunden heilen kann. Für Prinz William haben die zwei Jahrzehnte, die seit dem Tod seiner Mutter vergangen sind, wenig dazu beigetragen, das Ausmaß seiner Trauer zu mindern. Man kommt nie darüber hinweg, gestand er, und seine Worte trugen das Gewicht einer Wahrheit in sich, die von den gesellschaftlichen Erwartungen allzu oft unterdrückt wird. Doch inmitten des Schmerzes und der Sehnsucht fand Prinz William Trost darin, dass er immer wieder lernte, mit seiner Trauer zu leben. Man lernt einfach damit umzugehen, reflektierte er, und seine Worte waren durchdrungen von einer stillen Entschlossenheit, die Komplexität des Verlusts zu bewältigen. William sagte, er habe zwar versucht, in den ersten Jahren nach seinem Verlust so zu tun, als sei er hart im Nehmen, aber in Wirklichkeit habe er das nicht getan. Der anfängliche Schock über Dianas Tod hüllte Prinz William in eine erstickende Taubheit, die ihn orientierungslos und in einem Meer verwirrender Gefühle treiben ließ. Ich erinnere mich, dass ich mich völlig betäubt, orientierungslos und schwindlig fühlte, erzählte er, und seine Worte spiegelten die rohe Intensität seines Schmerzes wieder. In seiner Trauer stellte er sich unbeantwortbare Fragen, gequält von der unaufhörlichen Frage, warum ich, die in seinem Kopf wiederhalte. Die Welt sah mit angehaltenem Atem zu, wie Prinz William und sein jüngerer Bruder, Prinz Harry, stolsch hinter dem Sarg ihrer Mutter hergingen, ein ergreifendes Zeichen kindlicher Hingabe inmitten der erdrückenden Last des Verlustes. Inmitten der vielen Trauernden, die die Straßen säumten und von denen viele einst Dianas fröhliche Momente gefeiert hatten, trugen die jungen Prinzen die Last ihrer Trauer mit einer ruhigen Würde, die den Tumult, der in ihnen tobte, verbarg. Als er über die tiefgreifende Wirkung dieser feierlichen Prozession nachdachte, offenbarte Prinz William die innere Zerrissenheit, die mit der gewichtigen Entscheidung einherging, öffentlich um seine Mutter zu trauern. Es war keine leichte Entscheidung, gestand er, und in seinen Worten schwang das Gewicht der Verantwortung und der Pflicht mit, das ihn dazu zwang, Dianas Andenken in der Öffentlichkeit zu ehren. Trotz der zutiefst persönlichen Natur ihrer Trauer sahen sich die Prinzen in die Rolle der öffentlichen Trauernden gedrängt, wobei sie das heikle Gleichgewicht zwischen privaten Ängsten und öffentlichen Erwartungen meistern mussten. William erinnert sich daran, dass die Umstände von Prinzessin Dianas frühem Tod in Paris zwar viel Aufmerksamkeit erregt haben, dass aber das ergreifende Telefongespräch, das sie an jenem Tag mit ihm führte, in seinem Gedächtnis als bittersüße Erinnerung an das, was hätte sein können, verankert ist. An jenem schicksalhaften Morgen wandte sich Prinzessin Diana aus der Ferne an ihre Söhne und versuchte, die Distanz mit der Wärme ihrer Liebe und Zuneigung zu überbrücken. Wie der New Yorker berichtet, befanden sich Prinz William und Prinz Harry in der ruhigen Umarmung des Balmoral Estate in Schottland, umgeben von der tröstlichen Anwesenheit ihrer Großfamilie. Die jungen Prinzen erwarteten voller Vorfreude die versprochenen Abenteuer in der freien Natur. Ihre Herzen waren auf die einfachen Freuden der Kindheit ausgerichtet. Doch inmitten des Lachens und Plauderns, das die Luft erfüllte, durchdrang Dianas Stimme die Ferne, Liebe und Sehnsucht in den unendlichen Weiten von Zeit und Raum. In diesem flüchtigen Moment teilten Mutter und Söhne eine kostbare Verbindung, einen flüchtigen Blick auf die Bindung, die die Grenzen der physischen Entfernung und Trennung überwindet. Leider wurde das Gespräch unterbrochen, als die Verlockungen des Spiels im Freien die jungen Prinzen von der Wärme der Stimme ihrer Mutter weglockten. In der Unschuld der Jugend verabschiedeten sie sich von Dianas mit lässiger Leichtigkeit, ohne sich des Ernstes des Augenblicks oder der Bedeutung ihres letzten Gesprächs bewusst zu sein. Wenn ich jetzt gewusst hätte, was passieren würde, wäre ich nicht so gelassen gewesen. Gestand William schweren Herzens und in seinen Worten schwang das Gewicht des Bedauerns und der Trauer mit. Für ihn ist die Erinnerung an diesen letzten Anruf eine ergreifende Erinnerung an die Zerbrechlichkeit des Lebens und die Vergänglichkeit der Zeit. Würden sie es glauben, wenn William zugebe, dass er seine eigenen Gefühle nach dem Tod seiner Mutter nicht verstand? In der HBO-Dokumentation Diana, our Mother, gewährt Prinz William einen seltenen Einblick in die innere Zerrissenheit, die er nach dem Tod seiner Mutter erlebte, und enthüllt, welche seismischen Auswirkungen ihr Tod auf seine junge Psyche hatte. Es gibt nichts Vergleichbares auf der Welt, gestand William, dessen Stimme unter dem Gewicht seiner Gefühle zitterte. Es ist, als ob ein Erdbeben durch das Haus, durch dein Leben und durch alles andere gegangen wäre. Für William kam der Tod Dianas einem katastrophalen Umsturz gleich, der die zerbrechliche Fassade der Normalität zerstörte und ihn in eine Welt des Chaos und der Verwirrung stürzte. Als er versuchte, den unfassbaren Verlust zu verarbeiten, trieb er in einem Meer widersprüchlicher Emotionen und sein Verstand wurde durch das schiere Ausmaß seines Kummers zersplittert. Es hat eine Weile gedauert, bis ich es wirklich begriffen habe, gab William zu, und seine Worte zeugten von der Tiefe seines Kummers. In den Tagen und Wochen nach Dianas Tod kämpfte William mit dem überwältigenden Gewicht seiner Gefühle. Sein junges Herz war hin- und hergerissen zwischen dem Bedürfnis zu trauern und dem Druck, einen Anschein von Gelassenheit zu bewahren. Inmitten des Aufruhrs seiner Trauer fand William Trost in der unerschütterlichen Unterstützung seiner Familie, die sich mit grenzenloser Liebe und Mitgefühl um ihn und Harry scharte. Doch für William konnte der Lauf der Zeit den Schmerz über seinen Verlust nur wenig lindern, da sein junges Alter ihn daran hinderte, das Ausmaß dessen, was er erlitten hatte, vollständig zu begreifen. Wenn man in dem Alter so klein war, war es sehr schwierig, seine Gefühle mitzuteilen oder zu verstehen, dachte William, und seine Stimme klang im Nachhinein so ergreifend. In der Unschuld der Jugend hatte er Mühe, die Tiefe seines Kummers auszudrücken und rang mit der Komplexität des Kummers, der sich nicht erklären ließ. Williams intimes Gespräch brachte ihn zu einer schlechten Erinnerung, als er Prinzessin Diana ein Versprechen gab, das er niemals einhalten konnte. Wir alle wissen, dass die komplizierte Dynamik der Titel und des Protokolls innerhalb des britischen Königshauses oft ein großes Gewicht hat und nicht nur die Tradition, sondern auch die persönliche Dynamik und die Wünsche der Mitglieder widerspiegelt. Nach der Scheidung von Prinzessin Diana von Prinz Charles kam es zu einem heiklen Gleichgewicht zwischen Tradition und persönlichen Gefühlen, insbesondere in Bezug auf ihren königlichen Titel. Während Königin Elisabeth II. berichtend zufolge damit zufrieden war, dass Prinzessin Diana den Titel ihre königliche Hoheit beibehielt, da sie ihre Rolle als Mutter des zukünftigen Königs anerkannte, vertrat Prinz Charles eine andere Auffassung. Berichten des Mirror zufolge zog Prinz Charles es vor, Diana einfach Diana, Prinzessin von Wales zu nennen, eine Unterscheidung, die sich auf das Protokoll und die Ehrerbietung auswirkte. In diesem Fall würde Diana nicht das gleiche Maß an formeller Anerkennung zuteil werden, so dass sie vor anderen Mitgliedern der königlichen Familie knixen und auf die traditionellen Verbeugungen anderer verzichten müsste. Paul Burrell, Dianas treuer Butler und Vertrauter, gab in seinem Buch A Royal Duty ergreifende Einblicke in den emotionalen Tribut, den diese Entscheidung für Diana bedeutete. In einer herzzerreißenden Enthüllung erzählte Burrell von einem Gespräch zwischen Diana und ihrem Sohn, Prinz William, nach dem Verlust ihres H.A.H. Titels. Während Diana sich mit den Auswirkungen ihres verminderten Status auseinandersetzte, versicherte ihr der 14-jährige Prinz William, keine Sorge, Mami, ich werde ihn dir eines Tages zurückgeben, wenn ich König bin. Das ergreifende Versprechen von William hallte durch die Gänge des Kensington-Palastes und war eine ergreifende Erinnerung an die dauerhafte Bindung zwischen Mutter und Sohn. Doch inmitten der bittersüßen Vergewisserung lag die grausame Realität, dass Dianas früher Tod ein Jahr später William für immer daran hindern würde, sein Versprechen zu erfüllen. Die tiefe Bedeutung von Williams Versprechen wurde durch Burrells Enthüllung unterstrichen, dass Diana durch die herzliche Zusicherung ihres Sohnes zu Tränen gerührt war. In diesem flüchtigen Moment, inmitten der Komplexität des königlichen Protokolls und des öffentlichen Interesses, transzendierte die Liebe und Hingabe zwischen Mutter und Sohn die königlichen Insignien und bot einen Einblick in die zutiefst persönlichen Beziehungen, die Dianas Vermächtnis ausmachten. Tragischerweise hat Dianas Tod sie der Möglichkeit beraubt, die Thronbesteigung ihres Sohnes und die Erfüllung seines Versprechens mitzuerleben und hinterlässt ein Vermächtnis unerfüllter Träume und ungenutzter Möglichkeiten. Doch selbst im Tod lebte Dianas Geist in den Herzen ihrer Söhne weiter und inspirierte sie dazu, ihr Vermächtnis des Mitgefühls, der Empathie und des Dienstes an anderen weiterzuführen. Prinz William gab zu, dass er wollte, dass seine Mutter das Vereinigte Königreich verlässt, bevor der tragische Unfall geschah. Der Sommer 1997 war für Prinzessin Diana eine turbulente Zeit, die sowohl von der unerbittlichen Aufmerksamkeit der Medien als auch von der Sehnsucht nach einem Leben frei von den Zwängen der königlichen Tradition geprägt war. Während eines Familienurlaubs in Südfrankreich sah sich Diana im Blitzlichtgewitter der Paparazzi-Kameras mit der harten Realität des öffentlichen Lebens konfrontiert und suchte Trost in der unerschütterlichen Unterstützung und dem Verständnis ihres Sohnes, Prinz William. In einem ergreifenden Gespräch mit dem königlichen Fotografen Arthur Edwards enthüllte Diana den herzzerreißenden Rat, den William, ihr ältester Sohn und Vertrauter, ihr gab. Williams sagte mir, ich solle England verlassen und woanders leben, gestand sie, und ihre Worte klangen mit der ganzen Intensität der Liebe einer Mutter und ihrer Sorge um das Wohlergehen ihrer Kinder. Für Diana war die Aussicht, im Ausland Zuflucht zu finden, ein Hoffnungsschimmer inmitten der unerbittlichen Prüfung und Beurteilung, der sie zu Hause ausgesetzt war. Die Enthüllung von Williams Ratschlag ließ Edwards jedoch mit widersprüchlichen Gefühlen kämpfen, hin- und hergerissen zwischen seiner Bewunderung für Diana und seinem Widerwillen, sie ins Exil zu zwingen. Ich dachte, ich will nicht der Grund sein, warum sie im Exil leben muss, erinnerte er sich an die tiefgreifenden Auswirkungen von Dianas Kampf auf die Menschen, die ihr am nächsten standen. Paul Burrell, Dianas treuer Butler und Vertrauter, gab weitere Einblicke in Dianas Pläne für einen Neuanfang in den Vereinigten Staaten, weit weg von dem erdrückenden Druck des königlichen Lebens. Laut Burrell hatte Diana aktiv über einen Umzug nach Kalifornien nachgedacht und sich eine Zukunft voller Versprechen und Möglichkeiten vorgestellt. Das ist unser neues Leben, rief sie aus. Ihre Stimme war voller Optimismus und Aufregung. Es wird einfach großartig sein. Denken Sie an den Lebensstil, die Jungs, niemand ist hier in Amerika voreingenommen. Es gibt kein Klassensystem und kein Establishment. Doch die Träume von einem Neuanfang wurden durch die Ereignisse am Ende jenes schicksalhaften Sommers auf tragische Weise zunichte gemacht. Dianas vorzeitiger Tod hat die Welt erschüttert und ein Vermächtnis unerfüllter Träume und ungenutzten Potenzials hinterlassen. Nach ihrem Tod mussten sich ihre Söhne William und Harry mit den tiefgreifenden Auswirkungen ihrer Abwesenheit auseinandersetzen. Ihre Trauer wurde durch das Wissen verstärkt, dass die Hoffnungen ihrer Mutter auf eine bessere Zukunft nie in Erfüllung gehen würden. Für William war die Tragödie von Dianas Tod eine eindringliche Erinnerung an die Gefahren, die von der unerbittlichen Medienpräsenz und der Belästigung durch Paparazzi ausgehen. Entschlossen, seine eigene Familie vor demselben Schicksal zu bewahren, berief er sich auf EU-Recht, um seine Frau Kate Middleton vor den neugierigen Augen der Boulevardpresse zu schützen. Wie die royale Autorin Katie Nickell in ihrem Buch Kate, the Future Queen feststellte, hatte William aus erster Hand erfahren, welchen Tribut die Medien für seine Mutter gefordert hatten und war entschlossen, Kate vor einer ähnlichen Tortur zu bewahren. Williams Tage der stillen Trauer endeten eindeutig, als er die andere Hälfte seines Lebens fand. Die Verflechtung des Lebens von Prinz William und Kate Middleton stellte einen bedeutenden Wendepunkt dar, nicht nur in ihrem persönlichen Weg, sondern auch in Williams Heilungs- und Wachstumsprozess nach dem schweren Verlust seiner Mutter, Prinzessin Diana. Während Kate Middleton selbst mit den Anforderungen des königlichen Lebens zu kämpfen hatte, zeigte sich ihr unermüdliches Engagement für Williams Wohlergehen und führte ihn durch das Labyrinth schwieriger Gefühle, mit denen er nach Dianas Tod zu kämpfen hatte. Trotz der steilen Lernkurve, die ihre neue Rolle mit sich brachte, war Kates unerschütterliche Präsenz für William eine Quelle des Trostes und der Stabilität, die ihm half, die Komplexität der Trauer mit Anmut und Widerstandsfähigkeit zu bewältigen. Das tiefe Erbe Dianas prägte die Beziehung zwischen William und Kate und warf einen ergreifenden Schatten auf ihren Weg zur Ehe. Als das Paar seine Verlobung bekannt gab, wurde die Welt Zeuge einer ergreifenden Hommage an Dianas Andenken, als William Kate den ikonischen Verlobungsring seiner Mutter mit Saphir und Diamanten überreichte. In diesem einzigartigen Moment verschmolzen Vergangenheit und Gegenwart zu einem wunderbaren Zeugnis für die ewige Liebe und die unauslöschlichen Bande der Familie. Es war ein so ergreifender Anblick, den Ring an ihrem Hochzeitsfinger glänzend zu sehen, bemerkte Rosie Nixon, Chefredakteurin von Hello und gab damit die kollektive Stimmung von Beobachtern in aller Welt wieder. Mit dieser symbolischen Geste ehrten William und Kate Dianas Andenken mit tiefer Ehrfurcht und verwoben ihr Vermächtnis mit ihrer eigenen Liebesgeschichte. Als sie ein neues Kapitel ihres gemeinsamen Lebens aufschlugen, diente Dianas Ring als greifbare Erinnerung an die dauerhafte Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart und an die zeitlose Kraft der Liebe, die die Grenzen von Zeit und Raum überwindet. In einer BBC-Dokumentation über psychische Gesundheit sprach William wortgewandt über die tiefgreifenden emotionalen Auswirkungen der Vaterschaft, insbesondere angesichts seiner eigenen Erfahrungen mit Verlust und Trauer. Kinder zu bekommen ist der größte Moment, der das Leben verändert. Das ist es wirklich, gestand er, und in seinen Worten schwang die rohe Intensität seiner Gefühle mit. Mit der Ankunft seiner eigenen Kinder sah sich William mit einer Flut von Erinnerungen und Gefühlen konfrontiert, von denen jedes eine ergreifende Erinnerung an die Mutter war, die er in einem so zarten Alter verloren hatte. Die Erfahrung der Elternschaft wirkte wie ein starker Katalysator, der tief in Williams Herz schlummernde Gefühle und Erinnerungen weckte. Während er die Freuden und Herausforderungen der Erziehung seiner eigenen Kinder meisterte, begegnete er den Geistern seiner Vergangenheit mit einer neuen Klarheit und Verletzlichkeit. Wenn man im Leben etwas Traumatisches erlebt hat, kommen die Gefühle sprunghaft zurück, reflektierte er, und seine Worte zeugten von den tiefgreifenden Auswirkungen der Trauer auf den menschlichen Geist. Trotz der überwältigenden Emotionen, die mit der Elternschaft einhergingen, fand William Trost in der unerschütterlichen Unterstützung seiner Frau Kate Middleton, deren eng verbundene Familie in Momenten emotionaler Turbulenzen eine Quelle des Trostes und der Stärke war. In Berichten von The Sun wurde Kates tiefe Verbundenheit mit ihrer Familie hervorgehoben, was darauf hindeutet, dass ihre Anwesenheit eine entscheidende Rolle dabei gespielt haben könnte, William durch seine eigene emotionale Reise zu begleiten. In der Umarmung ihrer Liebe und ihres Verständnisses fand William den Mut, sich seinen Ängsten und Unsicherheiten zu stellen und bahnte sich einen Weg, der von Liebe, Widerstandsfähigkeit und unerschütterlicher Hingabe geleitet wurde. Es besteht kein Zweifel daran, dass Prinz Williams Engagement, das Andenken an seine Mutter für seine Kinder lebendig zu halten, ein Beweis für die anhaltende Liebe und Bewunderung ist, die er für Prinzessin Diana hegt. Während er sich durch die Komplexität der Elternschaft navigiert, bemüht sich William seinen Kindern eine tiefe Wertschätzung für die Frau zu vermitteln, die sein eigenes Leben auf tiefgreifende Weise geprägt hat. In den ergreifenden Momenten des Dokumentarfilms zeitlichen Rituale, die er mit seinen Kindern Prinz George und Prinzessin Charlotte teilt. Wir haben jetzt mehr Fotos von ihr im Haus und wir reden ein bisschen über sie und so, verrät William, in dessen Worten die stille Entschlossenheit mitschwingt, Dianas Erbe für künftige Generationen zu bewahren. Für William ist die Bewahrung des Andenkens an Diana ein zutiefst persönliches Anliegen, weiterhin auf unzählige Arten bereichert. Ob durch wertvolle Fotos, die die Wände ihres Hauses schmücken, oder durch zärtliche Gespräche vor dem Schlafen gehen, William sorgt dafür, dass seine Kinder immer in Dianas liebevoller Umarmung leben. Regelmäßig, wenn ich George oder Charlotte ins Bett bringe, spreche ich über sie und versuche sie daran zu erinnern, dass es zwei Großmütter in ihrem mit leiser Stimme und voller Gefühl. Durch diese sanften Erinnerungen versucht William, seinen Kindern die Tiefe von Dianas Liebe und die Bedeutung ihrer Rolle in ihrem Leben zu vermitteln. Für William sind die Erinnerungen an die Zeit, die er mit Diana verbracht hat, kostbare Schätze, eine Quelle des Trostes und der Kraft, die ihn durch die Prüfungen des Lebens trägt. Die Zeit, die er mit ihr verbracht hat, das Gefühl, sie um sich zu haben und als Familie oder als Sohn geliebt zu werden, ich glaube, das sind für mich die wertvollsten und besonders schönen Erinnerungen, sagt William mit stiller Ehrfurcht. Die Erinnerungen von Prinz William an eine schöne Zeit mit seiner Mutter geben einen ergreifenden Einblick in die intimen Momente, die ihre Beziehung ausmachen. Während er über einen einfachen, aber besonderen Moment aus seiner Kindheit nachdenkt, spiegeln Williams Worte die Wärme und Zuneigung wieder, die er für Prinzessin Diana empfindet, deren Anwesenheit sein Leben weiterhin auf tiefgreifende Weise prägt. In der stillen Einsamkeit des Internats fanden William und sein Bruder Harry Trost in der tröstenden Umarmung der Liebe ihrer Mutter. Als ich Lieder, um die Angst vor der Rückkehr in die Schule zu vertreiben. William schwelgt in Erinnerungen, seine Worte sind von Nostalgie geprägt. In diesen flüchtigen Momenten versuchte Diana, die Ängste ihres Sohnes mit der zeitlosen Magie der Musik zu lindern und ein Gefühl der Verbundenheit und Zugehörigkeit zu schaffen, das die Grenzen von Zeit und Raum überschritt. Unter den Tina Turners The Best Einer der Songs, an den ich mich sehr gut erinnere und der mir die ganze Zeit über im Gedächtnis geblieben ist und den ich auch heute noch heimlich genieße, ist Tina Turners The Best, verrät William mit einem Hauch von Schalk im Nacken. Auf dem Rücksitz des Autos, umgeben von den vertrauten Klängen der Musik, fühlte sich William von einem Gefühl der Freude Während Diana aus voller Kehle sang, tauchten William und Harry in eine Welt des Lachens und Singens ein. Die Liebe und das Lachen, die in der Luft lagen, gaben ihnen Auftrieb. Wir haben sogar den Polizisten ins Auto geholt, der ab und zu mit gesungen hat, erinnert sich William mit einem liebevollen Lächeln. Gemeinsam machten sie sich auf den Weg zur Schule, ihre Stimmen erhoben sich in Harmonie, vereint in der gemeinsamen Erfahrung von familiärer Liebe und Verbundenheit. Für William ist die Erinnerung an diese kostbaren Momente mit seiner Mutter eine Quelle des Trostes und der Kraft, die ihn an die Widerstandsfähigkeit und den Mut erinnert, die er von Diana geerbt hat. Ich glaube, sie wäre stolz auf alles, was Harry und ich durchgemacht haben, nachdem wir sie verloren haben, meint William mit ruhiger Entschlossenheit. In ihrer Abwesenheit lässt er sich von ihrem Vermächtnis inspirieren und findet Trost in dem Wissen, dass ihre Liebe ihn weiterhin mit Anmut und Würde durch die Herausforderungen des Lebens führt. Außerdem suchte Prinz William nach dem tragischen Tod seiner Mutter Trost in der ruhigen Schönheit der schottischen Landschaft und fand Trost und Heilung in der Umarmung der weiten Natur. Während er sich mit der tiefen Trauer auseinandersetzte, entdeckte William in den zerklüfteten Landschaften Schottlands ein Gefühl des Friedens und der Ruhe, wo die ungezähmte Schönheit der Wildnis wie Balsam für seine verwundete Seele wirkte. In den dunklen Tagen der Trauer nach dem Tod meiner Mutter fand ich Trost in der schottischen Natur, erzählte William, und in seinen Worten schwang die stille Kraft der Resilienz mit, die inmitten von Widrigkeiten geschmiedet wurde. Für William ging die Verbindung zu Schottland weit über die reine Geografie hinaus. Es war ein Zufluchtsort für seine Seele, ein Ort, an dem er Zuflucht vor dem Tumult seiner Emotionen suchen und Trost in den zeitlosen Rhythmen der Natur finden konnte. Als er über seine dauerhafte Verbundenheit mit Schottland nachdachte, sprach William liebevoll von den wertvollen Erinnerungen, die sich während seiner Zeit in diesem Land in sein Herz gewoben hatten. Zu den glücklichsten dieser Erinnerungen gehörte die zufällige Begegnung mit seiner zukünftigen Frau Kate Middleton, als beide die Universität von St. Andrews besuchten. Im malerischen Charme der schottischen Stadt, in der ihre Liebesgeschichte ihren Anfang nahm, fand William ein Gefühl der Zugehörigkeit und ein Ziel, das den Verlauf seines Lebens in tiefgreifender Weise prägen sollte. Es versteht sich von selbst, dass die Stadt, in der man seine zukünftige Frau kennenlernt, einen ganz besonderen Platz in seinem Herzen einnimmt, gestand William, dessen Stimme von der Wärme der Nostalgie und Zuneigung geprägt war. Für William und Kate hatte Schottland eine Bedeutung, die weit über seine malerischen Landschaften hinausging. Es war ein Symbol für ihre anhaltende Liebe und ihre gemeinsamen Träume für die Zukunft. Als Eltern ihrer drei kleinen Kinder, Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, versuchten William und Kate ihnen eine tiefe Wertschätzung für die Schönheit und das Erbe Schottlands zu vermitteln. George, Charlotte und Louis wissen bereits, wie sehr uns beiden Schottland am Herzen liegt, bemerkte William mit Stolz, wobei seine Worte das Gewicht eines über Generationen weitergegebenen Erbes trugen. Gemeinsam haben sie sich auf Abenteuer in der rauen schottischen Landschaft eingelassen und dabei wertvolle Erinnerungen geschaffen, die sie als Familie noch viele Jahre lang verbinden werden. Wir haben keinen Zweifel daran, dass sie mit unserer Liebe und Verbundenheit zu Schottland aufwachsen werden, bekräftigte William, dessen Stimme von Hoffnung und Optimismus für die Zukunft erfüllt war. Von den windgepeitschten Highlands bis zu den ruhigen Küsten der Inseln wird Schottland für immer einen Ehrenplatz in den Herzen der Familie Cambridge einnehmen. Es gibt ein Geheimnis um die Beziehung zwischen Prinz William und seiner Großmutter nach Dianas Tod, das nur wenige kennen. Als Mitglied der britischen Königsfamilie aufgewachsen, war die Großmutter, Königin Elisabeth II. Während viele Kinder ihre Großeltern als Quellen der Liebe und Weisheit schätzen, wurde Williams Beziehung zur Königin durch die einzigartigen Umstände seiner königlichen Erziehung und den tiefen Verlust, den er in jungen Jahren erlitt, geprägt. Nach dem Tod von Prinzessin Diana erwies sich Königin Elisabeth für ihren Enkel als zur Seite stand. Nachdem ich meine Mutter in jungen Jahren verloren habe, war es für mich besonders wichtig, jemanden wie die Königin zu haben, zu dem ich aufschauen konnte, erklärte William in einer Dokumentation zum 90. In ihrer Rolle als Großmutter und Monarchin gab Königin Elisabeth William eine ruhige Hand und ein mitfühlendes Ohr und meisterte die komplexen Probleme der Trauer mit Anmut und Ausdauer, die unerschütterliche Unterstützung und Führung der Königin hat entscheidend dazu beigetragen, Williams Verständnis von Verlust und Widerstandsfähigkeit zu prägen und ihm in einigen seiner dunkelsten Momente Kraft und Trost zu spenden. Sie hat mich unglaublich unterstützt und ich habe ihren Rat sehr zu schätzen gewusst, so William, dessen Worte von Dankbarkeit für den tiefgreifenden Einfluss seiner Großmutter auf sein Leben geprägt waren. Doch ihre Beziehung ging über die familiären Bande hinaus und gewann angesichts Williams zukünftiger Rolle als König noch mehr an Bedeutung. Von klein auf wurde William unter den wachsamen Augen seiner Großmutter darauf vorbereitet, die Verantwortung der Monarchie zu übernehmen und es entstand eine besondere Nähe zwischen ihnen, die weit über die Grenzen der familiären Zuneigung hinausging. Wie der Historiker und Autor Robert Lacey feststellte, spielte Königin Elisabeth eine zentrale Rolle bei der Anleitung von William während seiner königlichen Erziehung und vermittelte ihm Weisheit und Fachwissen, das er im Laufe seines Lebens im Dienste der Krone gesammelt hatte. Unter der Oberfläche ihrer scheinbar idyllischen Beziehung lag jedoch die Last einer immensen Verantwortung und Erwartung. Als William sich darauf vorbereitete, den Thron zu besteigen, stand er vor der gewaltigen Herausforderung, dem Erbe seiner Großmutter gerecht zu werden und navigierte mit Gelassenheit und Entschlossenheit durch das komplizierte Geflecht aus Tradition und Pflicht. Die Führung der Königin war zwar von unschätzbarem Wert, aber auch mit einem enormen Druck verbunden, als William sich mit der immensen Verantwortung auseinandersetzte, eine Nation zu führen, die auf eine jahrhundertealte Geschichte und Tradition zurückblicken kann. Die zentrale Stellung von William hat auch dazu geführt, dass sich zwischen ihm und Harry eine Kluft gebildet hat, die eine Mutter wie Diana traurig macht. Nach der Hochzeit von Harry und Meghan erreichten die Spannungen zwischen den Brüdern einen fiebrigen Höhepunkt und gaben Anlass zu Spekulationen über die Ursachen ihres Zerwürfnisses. Während die genauen Auslöser für die Entfremdung zwischen den Brüdern im Dunkeln bleiben, ist eines klar. Das Zerwürfnis zwischen William und Harry hat die königliche Familie erschüttert und viele darüber nachdenken lassen, welche Auswirkungen es auf ihre geliebte Mutter, Prinzessin Diana, gehabt hätte. Für Diana war das Band zwischen ihren Söhnen eine Quelle der Stärke und Unterstützung angesichts der gewaltigen Verantwortung, die vor ihr lag. Wie der königliche Experte und Dianas Biograf Andrew Morton verriet, sah Diana in Harry einen treuen Begleiter für William in seiner zukünftigen Rolle als König, der sich der Einsamkeit und der Feierlichkeit bewusst war, die seine Regentschaft begleiten würden. Diana sagte mir bei mehreren Gelegenheiten ganz klar, dass sie Harry als Flügelmann für William in seiner sehr einsamen düsteren Aufgabe als zukünftiger König sah, erinnert sich Morton an seine Worte, in denen Dianas Bestrebungen für ihre Söhne deutlich zum Ausdruck kommen. Für sie war die Einheit ihrer Söhne das Wichtigste, ein Beweis für das bleibende Erbe der Liebe und Kameradschaft, das ihre Verbindung ausmachte. Doch nach dem öffentlichen Zerwürfnis wurden Dianas Hoffnungen auf die ist ein Vermächtnis der Trauer und des Bedauerns. Sie wäre sehr verärgert über die Art und Weise, wie sich die beiden auseinander gelebt haben, beklagte Morton, dessen Stimme schwer vor Traurigkeit klang. Für Diana wäre das Zerwürfnis zwischen William und Harry eine tiefe Erschütterung gewesen, eine deutliche Erinnerung an die Zerbrechlichkeit familiärer Bindungen und den Tribut, den die königliche Pflicht fordert. Was denken Sie über Williams wahre Gefühle zum Tod seiner Mutter? Hinterlassen Sie uns Ihre Kommentare in dem untenstehenden Abschnitt. Wir hoffen, Sie haben dieses Video hilfreich gefunden. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken, zu teilen und zu abonnieren, wenn er Ihnen gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.